Musik So sieht eine Tiroler Jause aus. Käse, Speck, Schmalz, ein Schnapssal und frisch gebackenes Bauernbrot. Wie ihr das zu Hause nachbacken könnt, das zeige ich euch heute mit Verena. Was backen wir denn heute für ein Brot? Wir backen heute ein Bauernbrot und von der Hälfte mache ich auch ein Nussbrot. Die Zutaten habe ich eigentlich schon vorbereitet. Ja, ich sehe schon. Was haben wir denn alles? Ich habe Brotmehl, Rückenmehl. Das ist Brotgewürz. Das kriegt man überall zu kaufen, fix und fertig. Wenn man es selber machen möchte, braucht man Koriander, Kümmel, Anis und Fenkel. Das ist jetzt der Sauerteig. Ich tue das ins Brot rein, damit das Brot länger haltbar ist und der Geschmack ist ein bisschen intensiver und schmeckt eher ein bisschen säuerlich. Gibt es irgendwas, was schief gehen könnte beim Backen? Ja, das ist mein Germ. Das heißt, wenn das Wasser zu kalt ist, braucht der Teig länger zum Gehen. Dann fangen wir mal an. Okay. Dann nehme ich die Hälfte vom Brotmehl, Brotmehl, das ganze Brotgewürz, den ganzen Sauerteig und das Salzbitte. So. So, und das Wichtigste, was wir jetzt noch brauchen, ist der Germ. Jetzt vermeng ich das mal, dass die Gewürze gut verteilt sind unter Germ. Ja. Und jetzt kommt das restliche Mehl rein. Und warum die Nachtregel? Ich mache es damit, dass das Gewürz besser durchgemischt wird. So, und jetzt kommt das Wasser dazu. Man kann mit der Hand genauso zusammenkneten. Dann hat man mehr Gefühl. Ich habe schon gemerkt, Kochen in Tirol hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Ja, stimmt. Und jetzt knete ich den Teig nochmal richtig durch. So, jetzt mache ich da raus noch die Hälfte, weil ich habe ja da noch Nüsse vorbereitet. Ja. So, diesen Teig, den ich hier habe, den tue ich gleich in die Schüssel rein, gell? Weil da kann die Hälfte schon gehen, da drinnen. In dieser Hälfte mache ich jetzt die Nüsse rein. Hier kriegt man ganz schöne Muckis, oder? Ja. Ich glaube, das reicht. So, und jetzt ist die zweite Hälfte vom Brot fertig. Jetzt lasse ich es für eine Stunde zugedeckt rasten, bei Zimmertemperatur. Ja, der sieht doch schon doppelt so groß aus, oder? Ja. Jetzt lassen wir es noch 20 Minuten rasten und dann kommt es im Backrohr auf 200 Grad, circa eine Stunde. Gibt es noch einen Tipp, wie ich herausfinde, ob es wirklich fertig ist? Ja, wenn man auf der Rückseite mit dem Finger draufklopft und es klingt hohl, dann ist das Brot fertig gebacken. Ist fertig. Mmh, gut ist es geworden. Und das Rezept zum Nachbacken gibt es unter dem Video. Mahlzeit! Jud26. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020